Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Notruf 112 Video. Ihr seht, wir sind schon im Ladebildschirm, das hat einen ganz besonderen Anlass, weil heute ist Ostermontag und ich wollte euch einfach mal frohe Ostern wünschen. Ja, wahrscheinlich habe ich das gestern im Livestream auch schon nochmal gewünscht, aber jetzt hier nochmal in Videoform. Und ja, auch jetzt ist Montag, heute ist ein schlechter Tag für euch, für mich nicht, ich habe nämlich frei. Doch, ihr habt auch frei, ist ja Ostermontag, oh mein Gott. Und, aber Montag ist Montag und dann gibt es jetzt ein, zwei Nachrichten. Ich habe es gestern im Livestream schon angekündigt, das wird die letzte Woche sein, wo daily ein Video kommt, also 16.15 Uhr von Montag bis Sonntag. Dann werden ein paar Wochen lang nur ab und zu mal Videos kommen, also so 2, 3 bis irgendwas roundabout in dem Drehvideos. Na ja, also so 2, 3 Videos in der Woche zum Teil schon voraufgenommen. Ich kann euch auch für nächste Woche schon ankündigen, dass wir da eine mehrteilige EDS-2-Tour machen, weil es ziemlich leicht ist, das einfach aufzunehmen und das werde ich dann mit euch einfach machen. Und dann kommt auch schon der Punkt, wo ich euch sage, dass ich meinen Kanal für ein paar Wochen einfach mal pausiere, wegen meiner Abschlussprüfung, die dann im Juni ist irgendwann. Klar ist noch ein bisschen Zeit, aber jetzt fährt das Ganze schon mal ein bisschen runter und danach geht es wieder ab nach oben. Und ich sehe schon, wir haben jetzt die 90 Abonnenten überschritten, wir sind bei 93. Ich habe jetzt die letzten paar Tage täglich einen neuen Abonnenten dazu bekommen, das finde ich richtig irre. Und sollten wir die 100 schaffen, in der Zeit, wo ich, wo pausiert ist, ist es halt so, dann kommt halt das nächste Video wieder mit Facecam. Sollen wir es jetzt in der nächsten Zeit schaffen, wo noch Videos kommen, da werde ich euch gleich sagen, kann sein, dass wir es schon mit Facecam machen. Kann aber auch sein, dass wir es erst nach der Pause machen. Also das ist jetzt ein bisschen, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die jetzt schon bald bekommen, die 100. Aber anscheinend ist es soweit bald in den nächsten paar Wochen, denke ich mal, wenn es so weiter geht. Es kann jetzt auch sein, dass es wieder ein Aufschwung war und der jetzt in ein paar Tagen wieder zu Ende ist und dann steht es halt wieder. Ist dann auch egal, aber dann nur, damit ihr mal grob Bescheid wisst. Wenn dann die Pause beginnt, kommt auch nochmal ein extra Infovideo, wo ich sage, jo, jetzt ist Pause. Und dann seht ihr ja auch, wenn es wieder weiter geht, die Pause wird höchstens vier bis fünf Wochen dauern. Höchstens, denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt erstmal zu Notruf. Es gab wieder einige Updates in letzter Woche. Wir gönnen uns erstmal die Alarmierung. Und dann erzähle ich euch ein bisschen, was ich weiß, was neu ist. Aber jetzt müssen wir erstmal auf die Alarmierung warten. Ab geht's. Achtung, Hilfeleistung, Tierrettung. Einsatz für ELW 1, DLK 1. Wir gehen mal hier drauf. Ich will die DLK fahren, Freunde. Tierrettung, wir wissen alle, welche Tierrettung damit gemeint ist. Aber jetzt, Freunde. Neuerungen. Wir müssen keinen neuen Spielstand mehr starten, wenn ein Update gekommen ist. Zumindest war es jetzt bei mir so. Und ähm Ja, das ist schon mal ein sehr, sehr großer... Alter, mach doch deine Tür zu, du Keggo. Warum hat er sich jetzt wieder zurückgesetzt? Ab geht's. So, jetzt. Jetzt können wir losfahren, Freunde. Ähm Ja, warte mal. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich war. Äh, genau. Also, die... Äh, ich muss jetzt keinen neuen Spielstand mehr anfangen mit den Updates. Es war zu neu. Zumindest jetzt die Woche. Ich hab nämlich eine ganze Woche nicht Notruf gespielt. Heute das erste Mal. Es kamen, glaub ich, drei oder vier Updates. Und ich musste keinen neuen Spielstand anfangen. Das fand ich sehr, ähm erfreuend. Weil das so nervig ist, wenn du da immer diese scheiß Fahrzeugübernahme machen musst. Die ist cool. Ich sag echt nichts dagegen. Ist ein sehr geiles Feature. Aber wenn du die alle paar Tage machen musst, weil du ein neues Update bekommst und deine Schicht noch nicht mal annähernd zu Ende gespielt hast, dann ist es schon echt sehr nervig. Und deswegen finde ich jetzt gut, dass es nicht mehr so ist. Ich meine, ich weiß gerne, wie wir auch für die gemacht haben. Viermal oder so. So ein Kack. Naja. Das ist schon mal jetzt hiermit, glaub ich, verbessert. Außerdem gibt's jetzt irgendwas mit neuen Kev-Einsätzen. Und die Stützen von der Drehleiter ist irgendwas verbessert worden. Ich hab jetzt mir die Change-Lock nicht durchgelesen. Also ich hab gar keinen Plan. Äh, was da abgeht. Irgendwie steht hier schon Feuerwehrmann und keiner weiß, zu wem der gehört. Äh. Was, was bist du für ein Feuerwehrmann? Wer bist du? Äh. Egal. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder auf Absitzen, Ortbegehung und wir wechseln mal wieder auf den Drehleitermenschen und machen mit der Drehleiter einmal Äh, auch. Ne, machen wir einmal Einsatzorganisation umparken und fahren direkt mal hierhin. Der quatscht hier schon. Wir wissen ja, was abgeht. Den Einsatz haben wir ja schon paar Mal gemacht. So. Und dann machen wir hier auch direkt mal Absitzen. Äh. Also Unbegebensläufe ist schon an. Schauen wir mal. Gürdi, ist der fertig, der... Ja, okay. Dann würde ich sagen technische... Nein, doch. Nicht Angeleiter. Anleiterbereitschaft. Die Anleiterbereitschaft, die gönnen wir uns jetzt natürlich. Benutzen. Ähm. Scheinwerfer. Scheinwerfer, ne. Beleuchtung. Ach doch, ne, da unten war es. Korb ausklappen. Und dann können wir hier auch schon die Stützen ausfahren. Ja, und dann direkt auch hier einmal hin. hier fahren wir ebenfalls die Stützen aus. Vollständig. Haben wir hier... Äh, äh, äh. Ich glaube, jetzt stehen wir in der Waage. Zumindest lauter Anzeige. Wir gehen mal ganz getiegen auf der anderen Seite hoch. Weil wir haben ja nicht die Macht, durch die Leiter durchzulaufen. Das hat ja tatsächlich einfach nur die KI. Äh, das benutzen wir. Dann drücken wir das. Korb, Steuerung, übernehmen. Ausfahren und abknicken. Glaube ich. Und jetzt? Können wir jetzt technisch Tierrettung... Ab geht's! Tierrettung, Freunde! Dann leider mal den jetzt mal... Also, der... ist jetzt noch mal nicht drin. Äh. Was macht der jetzt? Der fährt jetzt von alleine, oder was? Scheinwerfer... Beleuchtung... Korb... Einsteigen. Leider... Ab... Ablage. Der macht das jetzt alles von allein. Ich mach gar nichts, ne? Korbsteuerung übernehmen. Kann ich jetzt wieder was machen? Ja, jetzt kann ich wieder was machen. Ich sehe, Herr Garnix, da. Ich sehe, Herr Garnix, da. was macht er stopp naja dann lassen wir die drehleiter einfach mal machen wenn die das alleine kann dann ist es ja schön eigentlich hat er dir der hatte doch gar nicht geholt komm benutze können wieder runter jetzt habe ich hier die macht über den korb so so er junge ich habe doch die katze benutzt alle warum funktionieren in diese kack einsätze die versteht es fein nein den form ich würde das mal jetzt fährt er wieder hoch aber ohne den katzen menschen ich verstehe wir werden jetzt diesen einsatz ganz gemütlich zu ende bringen egal wie oder wie halt auch nicht hier sind wir noch einen großen ganzen ziemlich egal eine frage hätte ich dann noch wer bist du wasser tropfen wasser tropfen ich hoffe der bleibt er steigt wieder aus was macht diese drehleiter ich gönne mir jetzt hier erstmal eine gute capri sonne aus der dose habe ich letztens gefunden und die riecht schon mal besser wie die andere schmeckt auch ein bisschen besser aber immer noch nicht gut das ist die die himbeere und welche warte die orange schmeckt wirklich richtig schlecht ich finde es super alter wie das hier alles funktioniert die hat ohne scheiß jetzt macht die drehleiter wieder alles alleine ich kann irgendwie nichts machen jetzt gerade dann lasse ich die drehleiter einfach mal machen hätte ich jetzt einfach mal so vorgeschlagen meine teil ist jetzt auch zu ende wir werden uns jetzt aber noch ein bisschen hier mit beschäftigen tatsächlich weil diese woche eben nur zwei teile kommen und ich möchte eigentlich nicht die zwei teile damit verbringen eine katze zu retten die eigentlich schon in der box drin ist prickelnd fruchtig und lecker naja prickelnd fruchtig ja lecker eher nein so jetzt gehen wir hier auf den drauf ich kann die katze nicht benutzen ich habe sie doch schon benutzt der 1 ist wieder kaputt freunde wenn sie trotzdem gefallen hat liken abonnieren kommentieren ihr wisst bescheid und ja ihr falls ich fahrt hier noch ein bisschen hin und her und dann war's das auch tschüss